Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu eurem wetter.net. Klasse, dass ihr wieder alle dabei seid. Sommerliche Aussichten, die geben die Wettermodelle her. Das GFS-Modell habe ich dabei und da schauen wir gleich mal intensiver drauf. Ganz aktuell sieht das Sommerwetter eher zum Wochenende mau aus. Schauen wir uns mal den Wetterfilm an. Da machen wir diesen Zuzug an dichten Wolken aus und das bedeutet, bereits heute kommen Regenwolken im Westen an. Wohingegen werfen wir den Blick in den Süden. Da gibt es heute nochmal herrliches sommerliches Wetter mit sommerlichen Temperaturen zwischen 25 und 26 Grad und nur ein paar wenigen hohen Wolkenfeldern, die über uns hinwegziehen. Ansonsten kann die Sonne ordentlich scheinen. Scheint die Sonne auch im Osten und im Nordosten. Allerdings sind die Temperaturen weiterhin ziemlich unterkühlt. Maximalwerte dann nur 20 Grad. Und insgesamt haben wir eine Temperaturspanne von 16 bis 26 Grad. Ja und dann schauen wir uns die Nacht an. In der Nacht gibt es weiteren Regen im Westen. In den anderen Landesabschnitten gibt es so eine lockere Bewölkung, aber es bleibt überwiegend trocken. Und das Ganze dann bei Frühwerten, die dann zwischen 17 und 12 Grad liegen. Ja und ins Wochenende starten wir mit einer Kaltfront. Die kommt im Nordwesten an und überquert uns, brettert einmal über uns hinweg am Samstag. Ja und die bringt ordentlich Niederschlag in Form von intensiven Schauern. Und jetzt haben wir die Situation, dass im Süden die Luft immer noch extrem warm ist. Die kam ja mit einer Südwestströmung da an bis zu 31 Grad. Und dann kommen diese feuchten Luftmassen hinzu. Das heißt, die Energie steigt in der Luft. Die Luftmassen sind instabil geschichtet und damit können wir einfach von Gewittern ausgehen, die zum Teil wieder heftig ausfallen können. Werfen wir einen Blick insgesamt jetzt auf die Temperaturen. Die Temperaturen, diese reichen dann von 21 bis 31 Grad. Ja und hier jetzt der Trend für die nächsten Tage. Ungemütlich und vor allen Dingen nass wird der Sonntag in der ganzen südlichen Landeshälfte ausfallen. Da bekommen wir kein bisschen Sonne zu Gesicht. Diese Sonnenstunden sind quasi null. Unter den dichten Wolken oder aus den dichten Wolken fällt langanhaltender Regen. Trocken dahingegen fällt es im Norden aus. Und hier und da tut sich dann auch mal eine Wolkenlichtung auf. Die Tageshöchstwerte am Sonntag liegen dann nur zwischen 15 und 22 Grad. Zwischen 20 und 26 Grad allerdings starten wir oder mit 20 bis 26 Grad starten wir in die neue Woche. Und meistens absolut sonnig wird der Montag ausfallen. Nur vom Westen kommen so ein paar Schauer zu uns gezogen. Und am Dienstag geht es dann wirklich in sommerliche Gefilde, was die Temperaturen anbelangt. 33 Grad sind mit am Start. Ja und das ist ein Hochsommertag und viel, viel Sonnenschein für uns alle. Da ist von Niederschlag erstmal nicht die Rede in den Wettermodellen am Dienstag. Unser Wetter bekommt ihr ja nicht nur von uns hier serviert auf YouTube. Nein, wir sind auch auf Instagram unterwegs. Beziehungsweise wenn ihr dort am Rumscrollen seid und ihr habt uns abonniert, dann bekommt ihr von uns frisch aufgearbeitete Wetterkarten serviert. Und deswegen lohnt es sich, uns auch auf Instagram zu folgen. Und jetzt machen wir mit dem YouTube-Wetter weiter. Und dann schauen wir uns mal die Wetterentwicklung an. Beziehungsweise die Luftmassenentwicklung. Warum wir davon ausgehen können, jetzt nach dem GFS-Modell, dass wir es doch eventuell mit so einer Hitze zu tun bekommen. Das sind die 1500 Meter Temperaturen. Und wir sind halt am Montag noch ziemlich krass hier in dieser Kaltluft. Das hat uns ja auch am Samstag diese Kaltfront überquert. Danach sind die Luftmassen sowieso sehr kalt. Und die können sich halt wirklich noch halten bis zum Montag. Dann werfen wir jetzt einen Blick auf den Mittwoch. Am Mittwoch sieht das nämlich schon ganz anders aus. Da haben uns nämlich dann hier aus dem Süden warme Luftmassen erreicht und haben die kalten Luftmassen quasi zurückgedrängt oder sogar ausgeräumt. Also das wird dann schon ordentlich warm ausfallen. Unser Wetterchen hier, also die zwei Meter Temperaturen werden dann warm ausfallen. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Temperaturen in 1500 Meter Höhe am Freitag. Und da erreicht hier Bayern bereits die heiße Luft. Also 1500 Meter Temperaturen extrem heiß. Da sind wir wirklich im Zustrom der Sommerluft aus dem Mittelmeerraum. Allerdings, da bildet sich so ein Tiefdruckgebiet. Und das müssen wir noch weiter im Auge behalten, was das im Einzelnen tatsächlich bedeutet. Werfen wir jetzt mal im Vergleich dazu die Abweichungskarte, einen Blick dazu auf die Abweichungskarte. Sind wir zu warm, sind wir zu kalt? Letztes Mal haben wir ja gesehen, wir lagen hier in einem absoluten Kälteloch. Nächste Woche Freitag sind wir wirklich geflutet von der Hitze. Da würde sich bei uns wirklich die Hitze quasi tummeln, bei uns hier in Deutschland. Ja, so geht das mit dem Wetter. Was würde das nämlich für die zwei Meter Temperaturen bedeuten, wenn wir dann dieses Hitzeloch bei uns hätten, anstelle dieses Kältelochs. Das wären die Temperaturen am Freitag, die zwei Meter Temperaturen. Dann hätten wir wirklich hier vor allen Dingen im Osten bis zu über 32 Grad zu verzeichnen. Und das dann mit Sonnenunterstützung, das kann dann nochmal ein, zwei Temperaturen mehr, Grad mehr bedeuten bei den Temperaturen. Ja, die Hitze ist nicht ausgeschlossen. Der Sommer ist nicht ganz weggerechnet worden von den Wettermodellen. Wir werden das weiter mit euch betrachten in den nächsten Tagen, ob der Sommer sich durchsetzen kann oder nicht. Jetzt müssen wir erst mal durch das Wochenende heil kommen, durch den ganzen Regen und durch die Gewitter. Ich wünsche uns Wetter, Ihnen und euch allen, wetterunabhängig ein ganz tolles Wochenende und ein Wochenendausklang. Ach, heute ist Fußballspiel. Genau, das hatte ich die ganze Zeit jetzt im Hinterkopf. Viel Spaß beim Fußball gucken.